Ich habe euch in dieser Woche kein Thema mitgebracht, denn heute keine Auseinandersetzung mit einem Thema aus Rheinhessen, keine Kritik an dem Verhalten der Politik, sondern einfach nur einmal kurz die Zeit, um zurückzublicken und auch dankbar zu sein. Denn wenn man sich dieses nicht einfache Jahr auf der ganzen Welt anguckt, mit allen Krisen und Kriegen, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir hier in Rheinhessen ein so gesetteltes Umfeld haben, dass wir hier in Ruhe leben können, dass es uns vergleichsweise doch gut geht. Ich möchte das nochmal mit der Aufforderung verbinden, gerade jetzt noch vor Weihnachten, die Hilfsorganisationen nicht zu vergessen, die weiterhin die dringend benotwendigten Güter in die Ukraine bringen, um dort den Menschen weiterhin die Unterstützung zu geben, die sie dringend brauchen. Und ich möchte an der Stelle hier sagen, vielen Dank für die vergangenen Monate mit euch in dieser Kolumne. Danke für das kritische Feedback. Das freue ich mich auch nächstes Jahr weiterhin drauf. Ich bin sehr gespannt, was das nächste Jahr bringen wird. Gerade in Rheinhessen haben wir sehr, sehr große Fragen zu beantworten. In Mainz wird es eine neue Oberbürgermeisterin oder einen neuen Oberbürgermeister geben. Ich bin sehr gespannt bei dem Kandidatentableau, wer es werden wird. Aber jetzt, wie gesagt, erst mal die Zeit und dankbar auf das Jahr zurückzublicken, dankbar dafür zu sein, was wir haben. Ich wünsche euch eine ruhsame Zeit im Kreise eurer Familie, mit euren Lieben. Nutzt die Zeit jetzt vor Weihnachten und zwischen den Jahren, um zur Ruhe zu kommen. Wir sehen uns hier in dieser Kolumne im neuen Jahr wieder. Bitte bleibt ihr treu. Gebt mir weiter kritisches Feedback. Ich freue mich auf euch und wir sehen uns im nächsten Jahr.